In diesem Tal leben über 2000 Kängurus. Und dies ist die Geschichte eines von ihnen. Das hier ist Marla. Sie steht vor der größten Herausforderung ihres Lebens. Bis jetzt hat ihre Mutter Loana sie warm gehalten und beschützt. Nun bereitet sich Marla zum ersten Mal darauf vor, die Sicherheit des Beutels zu verlassen. Willkommen in der Welt, Marla. Untertitelung des ZDF für funk, 2017